Hi, ich bin Nehui, bin 33 Jahre alt und arbeite hier im Code Camp als Praktikant im Business Development. Ich bin heute angekommen, habe mir erstmal einen Kaffee geholt, weil Koffein ist das Wichtigste für mich. Ich bin hauptsächlich für das B2C zuständig, das heißt, wie können wir das am besten an den Kunden ranbringen mit Marketingideen, wie können wir am besten eine Teilungsstrecke einbauen und damit beschäftige ich mich hier im Camp. Im Code Camp hast du immens viele Freiheiten, das heißt, wenn du Fragen hast, wenn du irgendwelche Anregungen hast, dann ist die Geschäftsführung für dich immer da, hat immer ein offenes Ohr für dich, macht auf jeden Fall Arbeitswert. Wenn du Probleme im Camp hast, ist es relativ leicht zu lösen, das heißt, dass du von dich aus auf Leute zugehen musst, falls du Fragen hast, wenn ich Fragen habe, kann ich sie jederzeit fragen und mit Problemen bist du einfach nie alleine gelassen und es gibt immer eine Lösung. Ich darf am Projekt meinevortragendokumente.de arbeiten. Anfangs war ich sehr skeptisch, als mir gesagt wurde, dass ich an dem Projekt arbeite, weil mit dem Thema Sterben beschäftigt sich keiner gerne, wir sind noch relativ jung und mit dieser Frage, was passiert, wenn es passiert, ist immer heikel. Mittlerweile muss ich aber dazu sagen, mit meinem Vortragendokumente.de entlastest du immens deine Mitmenschen. Als Business Developer brauchst du auf jeden Fall ein gutes Time Management. Du hast relativ viele Termine, stehst ständig im Austausch mit deinen Kollegen, deswegen auf jeden Fall Time Management, Belastbarkeit und ansonsten jede Menge Freude am Arbeiten. Wenn du hier ins Camp reinkommst, wirst du richtig aufgesogen und du wirst letztendlich gar nicht mehr weg. Ich würde mir gar nicht so viel Zeit lassen und auch gar nicht lange überlegen, sondern direkt Laptop auspacken, Bewerbungen erschreiben und vorbeikommen. Kann ich jedem empfehlen. Alles klar. So, ich bin egal, zur Höhung.